Fangen wir nochmal mit der Etage an, dass wir den Knie hoch verbessern wollen, machen wir Skippings. Die Überlaufer ist in Skippings, egal. Schön anziehen, ein bisschen Poppore, schon gerade mit dem Oberkörper. Und zwar Arme seitlich raus, Oberkörper auch wieder leicht angehoben und dann Schultern hoch, Ellbogen so weit wie es geht zusammen. Und das Ganze wieder zurück, erst die Schultern, erst die Arme wieder nach vorne, Schultern runter. Die Brücke, auch wieder zwölf bis 15 Mal, nicht zu schnell. Aber wenn er da kann, bis zu 10 Mal, wäre so hoch, wäre so hoch.